aber ich verstehe diese menschen nicht ich weiß nicht wie man bob ross nicht kennen kann das ist einfach scheiße das denkt dass ich weil dich auch naja komm wir gehen einfach straight nach unten oder ja ich habe diese komischen dass ich mich hin und her dingste beim fliegen ey so jetzt kennst du doch immer diese 180 grad drehung naja hab ich auch teilweise sollte ich bin das gestorben hinter dir landet einer also auf diesem stopplatz oder was das ist direkt hinter der halle hinter uns also ich mal nehmt doch diese fucking waffe auf ich bin im ding gespawned also ich hab mich durch die weggepackt jetzt haben gerade ultra low fps einfach nur was ist da los ich hab 30 fps nur also ich finde man muss bob ross halt auch nicht kennen da hat er ein auto gefunden ich finde man muss dich nicht kennen immer gut das stimmt das muss mich ich muss aber steht hier auch nicht kennen nein hinter dem exklusiven fass liegt erstmal medikit 100% safe aufzunehmen wait also immer noch ne richtung westen ist halt einer runtergekommen hier ist ein helm brauchst du noch eine schrotze nein schrotze habe ich wohnen sehr schön wohnen siehst du als der schönen hier liegt ein ak was hast du denn ich habe ein ak und eine m4 willst du hk haben und ich nehme ein m4 oder so wieder wenn du unbedingt eine m4 haben willst habe zumindestens jeder aus unserer sicht mehr schuss für eine waffe gestern im video war der rote ja war auch kurz zu sehen ja gut ich brauche einen helm brauchst du noch einen helm ja danke da warten wir jetzt erstmal hier irgendwo oder so wir müssen gleich nach den norden laufen also willst du erstmal noch hier warten oder ich gehe mal ein haus weiter ja eigentlich könnten wir schon mal hinlaufen zumindest in die richtung weil das halt nicht vergessen hier ist ak mit muni und hinten kommen hier halt auch wieder leute ja jetzt hat die frage ob wir halt trotzdem erst gerade warten und ein bisschen weg snacken oder so versuchen oh das ist ja relativ nah vorne links irgendwo ich mach mal gerade fix ein paar bandagen ja ich auch ach der rote dute der war ja hier hast du übrigens gute schuhe falls du die noch nicht hast da hinten in der öcke ok also zu meinem outfit ich gehe einfach noch genau hinüber rein ich habe auch keine hier warst du schon hier ist ein 4 mit muni ich habe es auf die schnelle ich habe es auf die schnelle 3 m4 mit muni ja sonst nimm dir auch einmal mit wenn du willst ich habe ak genug ich habe 42 ak schuss ja ich dachte es tatsächlich nur so für den fall dass du waffe wechseln musste weil da weil du nachladen muss weißt du dann hast du halt eine andere waffe mit muni ja aber die muss halt in der schnelle auswahl sein und das ist die waffe ja nicht ach so also ich muss gleich mal gucken ich habe halt voll auf ps ne ich weiß auch nicht warum das ist ein auto hm machst du dir wieder eine pfeile und sowas möchte ich machen ja aber ich habe halt keine granate und kein ducktape ducktape habe ich zwei glaube ich habe einmal 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 trotzdem keine granate hm das sei wieder ich musste auf jeden fall gucken weil das mit dem low fps gekriegt hat gar nicht ich habe 40 fps grad nur ich weiß jetzt nicht was los ist oder warum das ist sehr nach vorne rechts die sind ganz nah ja die vorne links sind die schüsse von nordwest ich bin in die andere halle gegenüber gelaufen klar ich habe ich habe munition für sechs kriege da ist noch ein military backpack hast du schon einen? hm habe ich könnten wir jetzt zur rüstung machen ja ich nehme nochmal einen helm mit den ich zerreißen kann gib mal einen ducktape her ich habe auch nur eins ne ach so ich dachte du hast zwei gehalten ja ich habe mich verstanden das eine da habe ich das eine da habe ich ich schalte links fährt auto weg ja das kommt hier rum wir sind halt kurz davor in das richtige ding zu laufen dass wir halt safe sind hm nach norden müssen wir hm gehst du links in die halle und ich rechts ich will mich eigentlich nicht zu krass trennen wir haben eigentlich fast alles das ist das beste ist wenn wir zusammen laufen ja das mit low of pace geht ja gerade gar nicht klar das finde ich gerade voll schlimm bonus ausmachen hier neuk ich habe aber eigentlich nichts im hintergrund an also ich habe halt also ich habe halt ein dingens hier an ich habe halt twitch aber nicht als streamer an sondern ich habe halt nur den twitch chat so gesehen weil ich das video pausiert habe darum bin ich gerade sehr verwundert warum es so am lenken ist bei mir oder oder man 44 fps ist halt schon hier in die halle rechts läuft einer da hinten richtung ost nordost da ist einer hinter das gebäude gelaufen ja hier liegen halt die deckte hat man auch gefunden ok gib mir doch eine scheiß granate ihr wichser ja ich sehe da hinten noch ein military backpack den würde ich dann gleich nehmen hier ist eine granate merwin eine spitale granate ich brauche keine danke ich habe 540 schuss das reicht mir ok so ihm warte mal hier war der military backpack da ja schon klar 540 schuss wird erstmal reichen oder ja das stimmt ja aber das fehlt mir natürlich das duct tape um eine rüstung zu machen klar ach so ja ich hatte jetzt ja das habe ich jetzt vergessen wir haben wir noch dabei dass du halt zwei Dings hattest zwei der tapes habe ich am anfang auch gedacht aber war halt tatsächlich nur eins wir haben dich muni für eine pistole drauf dann läuft eine ich bin auf den zwei einer ist gerade runter gesprungen du nun ok impfen bitte impfen oder so die sieben der heil leute also die werden uns wahrscheinlich abfangen jenrik weil die jetzt halt vor uns sind mhm das ist nicht so gut wo gehen wir denn jetzt hin in Richtung 9 laufen schnurstacks werden wir den in die arme laufen also rechts nach da hinten in das gebäude auf der ecke neben diesem wo wir letztesmal uns das ist auch einer hingelaufen ok aber wir können es halt probieren weil links ist halt offen und rechts hast halt gebäude sonst laufen wir nochmal ja vielleicht ist ja das auch dieselben gewesen das kann sein das haben wir eigentlich von der gruppe gesehen genau also das bitte mit den fps das ist gerade echt unerklärlich 37 habe ich 49, 41, 39 das hat ich zumindest 60 durchgehend hm ich will jetzt eigentlich auch gar nicht großartig die gebäude nochmal abklappen weil das gas halt doch schon näher kommt aber wir sind eigentlich jetzt drin jetzt könnten wir schon einmal irgendwo reingehen m4 muni noch mehr m4 muni also ich könnte auch hier oben liegt nochmal ak ak nochmal m4 könnte glatt selbst nochmal m4 spielen ey konntest du locker oh die 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 rösen ist nicht kärlig hast du dir auch sofort gedacht ne ja da werden wir immer weg gesnackt wenn wir hier drin sind weil immer eh so ein wichser da oben ganz zufällig drauf steht jedes mal bisher aber das ist übrigens öfter hier liegt eine granate was glaube ich hier ist der spit-granate im raum da vor kopf Sehr gut. Wir möchten ja noch zwei Ductapes. Eins, damit du dir eine Rüste machen kannst und eins, damit ich nochmal feile. Dann hätte ich nämlich C. Hier, wo ich stehe, ist Ductape. Ach, äh, nein, 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 ja, klar, sorry, ich hab gerade verwirrt. Ähm, AK-Money, hier ist nochmal AK-Money. Ja, mehr brauche ich nicht, jetzt hab ich auch 300. Ich geh mal, ich hab, äh, ich hab 720 Schuss. Ah, ich hab eine Rüste gefunden. Nice. Taktisch irgendwas Wester. Also ich hab halt, hier liegt nochmal AK-Money. Ja, hier liegt auch ganz viel AK-Money. Also mitnimmt kann man es eigentlich trotzdem damit andere, die das nicht haben. Weil, ich hab gerade geguckt, ne. Ja, hier ist auch so viel M4-Money, also ganz ehrlich. Ja, ich denk mal, nur damit andere es nicht nehmen, weil ich guck gerade, ich hab 690 Schuss für die Waffe. Äh, 720 Schuss habe ich. Und es nimmt, okay, es nimmt zwei von diesem Gewichtdingern weg. Zwei Gewicht ist halt, ne, es hat nichts, ne. Zwei wirst du halt immer haben. Ich geh noch mal, ne. Du hast einen Fett an mit dem Auto, ja, ne. Ja. Ein bisschen aufpassen. Gas ist jetzt auch relativ nah. Ach, du bist einen drüber. Wir sind sogar trotzdem noch im Sicherheitsbereich, so gerade. Deswegen müssen wir uns nicht mal großartig bewegen. Sehr gut. Niemals vor sich zu bewegen. Ja, ich verstehe aber auch nicht, warum mir nirgends wo eins liegt, tatsächlich. Ich meine, das ist schon merkwürdig, oder? Ja, lass es noch mal in der Etage runtergehen. Hier oben ist halt nichts mehr. Und auch bei den Hohen. Ach, oben ist so ein Dach, ne. Okay. Meinst du echt, René, dass ich wechseln soll? Ja, gut, dann wechsel ich. Lass es mal in die Etage darunter, da lag noch ganz viel in 4 Muni. Noch einen drunter? Ne, also jetzt, wo wir hier sind. Okay. Kannst du mir ja sonst auch in 4 Muni geben. Ja, mir ist das egal. Man kann die ja so schlecht aufteilen, ne. Ich weiß halt nicht, wie man die vernünftig aufteilt. Ach so, hast du jetzt alle eingesammelt, die hier überall lag? Hm, nahezu glaube ich oben, weiß ich nicht. Ich war nicht in allen Räumen drin, tatsächlich. Ja, dann kann ich schlecht wechseln. Du kannst hier nur eins rausziehen. Ach guck mal, man kann, warte hier. Hast du den M4 jetzt? Ja. Warte mal. Da. Okay, danke. Wie geht das denn? Shift und dann mit Shift und dann links dick rausziehen. Dann steht da, wie viele du droppen willst. Hier ist noch AK Muni. Ich nehme mir dann einfach mal die AK mit, weil ich keine, ich habe sonst kein Waffe, also ich habe keinen Molotov oder so. Hier, hier liegt, hier liegt 300 AK Muni. Ja, ich habe noch zwei Molotovs, du kannst die haben. Ach so. Ja, dann würde ich die jetzt stattdessen. Jetzt habe ich die Scheißkanade auch getroffen. Ach so, danke. Okay. Aber wie kann es denn kein Ducktape hier geben? Ja, das verstehe ich nicht. Also kein Ducktape ist gerade schon random, ey. Ja, aber ich meine, überleg mal, das Haus, das wir gerade haben. Also von der Größe und es ist kein Ducktape hier. Das ist schon krass. Wir sind immer noch drin. Naja, jetzt kann es ja auch noch nicht kommen. Ach so, kann das auch nicht. Ach, du bist hier in den Toiletten drin, okay. Das ist später in der Latte. Immer welche. Aber kein Ducktape. Ja, es ist halt echt immer gleich, oder? Habe ich gerade erst gedacht, hier wird ein Ducktape liegen. Da ist ja so ein Aschenbecher, der auf dem Tisch steht. Ripp. Boah, das Haus hat auch einfach 6000 Räume, ey. Ja, das auch. Tja, nix hier, ne? Ja, gucken wir mal, wo wir gleich hin müssen. Ich habe 16 Bandagen, 2 Medi-Kits, 2 Molotow. Wann habe ich 3 Molotow? 2 Molotow, 1 Helm auf, 1 Helm so noch. 4, ich habe das für die Rüstung zum Herstellen. Rüstungsfragmente habe ich auch noch 6 Mal. Ach so, warte mal, ich habe ja keine AK mehr. Boah, willst du noch AK? Ich habe noch 60 AK-Schüsse. Nö, ich habe ja ein 4 jetzt. Na, ist klar, jetzt müssen wir in Richtung Neuron. Recht ist das krass. Ne, sind halt gerade so drin gewesen. Hm. Oh, fuck, ey. Ich will hier ein bisschen an der Mauer entlang laufen oder so. Ja. Weißt du, wie weit wir laufen müssen, bis wir drin sind wieder? Schon ein Stück, ne? Ja, schon ein kleines Stück halt. Ja, wir haben ein bisschen Zeit. Wir können uns gleich in die Pause einlegen und dann gucken wir mal, wo wir sind. Wo wir müssen, wo wir sind. Hier ist ein Fear Money, Military Backpack. Ich wollte gerade tatsächlich nur wegen DuckTap ja mal so fix durchgucken. Hier ist eine Kevlar-Weste. Wir müssen da, wir müssen noch ein Stück halt laufen. Hier ist eine Kevlar-Weste. Kevlar-Weste. Hinten, da hinten, äh, links. Da. Ne, 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 hier, hier. Ach so. Da geradeaus. Alter, diese Low-FPS facken mich so ab gerade. Wir müssen halt gleich noch ein Stück laufen. Ja, ja, passt schon. Wir können uns nicht jetzt lange hier drin haben. Äh, hier ist nochmal AK. Hier ist zweimal Muni. Äh, zweimal Military Backpack. Hm, Pistole, Pistole. Ja, Military Backpack liegt hier auch überall. Ja, hier lege ich fast hier im Raum gerade ein Military Backpack. Aber wenn du sonst nichts machst, dann gehe ich jetzt irgendwo hoch, dann können wir nicht mehr. Also ich habe 430 Schuss für meinen M4 noch, das wird ja bereichern. Ja, wir müssen halt wieder weiter. So, kann hier gerade noch, ne. Hier ist ein Takte. Ja. Hast du? Ja. Gut, ein 10 Schuss damit. Du hast jetzt auch die, die Weste an, ne? Die taktische, ja. Aids-Weste. So, gar nicht, gar nicht silhouettenmäßig steht sie hier einfach an der Wand lang, aber ich glaube, es ist tatsächlich noch teilweise das Beste zu laufen, aber da wenigstens Deckung von einer Seite hat. Aber, äh, an Bianca und René, ja, wir sind, äh, in Top 21. Wir sind ja Top 20, obwohl wir nichts gemacht haben. Oh, jetzt hast du es gecold. Also mal kurz ins Haus gehen. Wir müssen jetzt eigentlich relativ sicher sein. Hast du dazu gemacht? Nö. Alter, das... Was ist mit den FPS los, ey? Nein, kein taktischen Verband hier beim Töten zu machen. Kann ich irgendwas umstellen? Liegt das jetzt an, an, an... wie ist das oder so? Ich habe aber... noch kurz rausgetappt, reingetappt, funktioniert noch alles, okay. Hier läuft einer. Ja. Du hast auch gehört, ne? Ja. Echt von mir, glaube ich. Ich... War die... War die Garagentür zu? Nein. Ah, ja, die habe ich zugemacht. Also die... Das Garagentor? Das Tor war offen. Okay. Denkst du mal mir? Lass durch. Jetzt hat er die Tür geöffnet, jetzt hat jeder uns gehört. Wir sind so oder so nicht mehr safe, aber lass uns kurz warten, Jannik. Ja. Dann laufen wir den hinterher. Ich glaube eh nicht, dass ich die Runde groß was machen kann mit den FPS gerade. Ich habe halt durch... Also ich habe eigentlich um die 30 FPS die ganze Zeit, hin und wieder mal 40. Aber man merkt halt extrem, es wirkt total schwammig bei mir, wenn ich in eine Richtung laufe und dann zur Seite wieder gehe. Das wirkt alles ein bisschen so verzögert irgendwie, so schwammig. Ich habe keine Ahnung, also so schwammig eigentlich. Hm. Hm. Ja. Ich habe halt überhaupt keine Ahnung warum. Aber war das so lauter, ey. Ich weiß halt nicht, ob es an der OBS-Aufnahme liegt, aber normalerweise habe ich ja deutlich mehr als 30 FPS in diesem Spiel. Ja. Und umgestellt habe ich ja auch nichts. Lass es mal weitergehen jetzt. Wir müssen halt bis zum Ende der Straße... Rechts läuft er, das ist rechts, das ist rechts, das ist rechts. Oh ja. Es ist zweite Richtung Osten. Wir haben uns gesehen. Hinter welchem Baum ist er? Er ist hinter dem Stein. Oh. ich hab ihn der chuck gegeben oder halt zweimal getroffen ich blute kann ich von hier aus nicht sehen was ich weiß wird mal laufen er kann mich nicht sehen ich habe ihn getroffen er ist ein stück nach links gelaufen er läuft weiter ich habe ihn aber einmal getroffen er müsste bluten er müsste auch auf jeden fall bluten weil ich ihn getroffen habe ich kann ich von hier nicht sehen wenn tut mir leid ist der rest in der baum meine maus funktioniert nicht meine maus geht nicht er musste einmal rein und raus haben gestern auch also du hattest auch dass das schießen kann aber bewegen gegen nicht mehr wir müssen wir müssen weiter 20 euro wir müssen bis zum männer der straße 20 euro mehr bin ich habe ihn mit kronen getötet ja ich hab es gesehen mit dem explosionsding ne ja geil stand da wie viel schaden ich gemacht habe da habe ich nicht drauf geachtet ok ich habe es in der aufnahme zur not aber er ist halt den hügel runter um sich zu bandagieren dann habe ich ihn halt dreimal getroffen danach und er ist halt dahinter hinter dem baum also auf rechts ist schon klar war nicht dass da drin ob ja der kam war das nicht mehr safe also ja weil die türen noch die kreuzung die kreuzung links davon das ist der bereich ist safe wie gesagt der recht ist ein auto ja können können wir auch nicht ich wollte nur sagen die türen vom kram war noch zu also es ist so wahrscheinlich dass da kommt ein bisschen gas rechts von uns wir sind gleich safe weißt du wie er mir sagt dass ich mich im gas befinde obwohl ich rein optisch noch gar nicht im gast drin bin ja und ich krieg schon schaden davon safe ja lass uns zu dem großen stein da vorne laufen oder so ja da geschehen bei dir nein bei mir schildet höchstens die polizei deswegen wir sind wir sind safe wenn wir jetzt hier bleiben tatsächlich was machen wir denn hier ist unten an der untersten ecke ja wir können eigentlich jetzt lass man vielleicht ein stück nach links zu den bäumen hier gehen nicht nur den stein sondern da sind wir mittendrin ich würde eher kommen zurück ich dachte wir warten dann hier damit wir nicht also weißt du wenn das von hinten noch wer aus dem gas kommt dann haben wir halt keinen ja das ist aber eher unwahrscheinlich und wenn dann sehen wir ihn eigentlich rechtzeitig ja gut eher unwahrscheinlich ist halt kein ausschluss er sieht uns halt nicht so lange er halt im gas ist naja oder ist extrem unwahrscheinlich also ich hab's ja auch gesagt mit dem mit dem dinge ist man sieht halt gar nichts ich schau mal nach hinten mit dem fernglas du kannst halt nichts erkennen können uns natürlich auch noch ein stück nach vorne richtung weit bewegen denn hier ist halt nur der eine stein rechts ist ein auto sehe ich noch nicht warte hinten hier aber kein hier hm hm Oh ja, da fährt ein Auto. Top 10. Top 8. Oh, da hinten, ich sehe zwei, die sind im anderen Wald. Letztes Sniper, Alter. Ich könnte den einen vollen Rücken bolzen. Ja, das ist halt so ärgerlich, dass es sowas halt nicht gibt. Oder Visiere, dass du dich dann besser treffen kannst. Wir müssen aber trotzdem halt gleich Richtung die fucking zwei Steine da laufen. Welche zwei? Wir sind hier, glaube ich, nicht drin. Aktuell sind wir noch drin. Oder was meinst du, aktuell sind wir noch drin? Ich glaube nicht, dass jetzt noch einer aus dem Gas rauskommen würde. Also ein bisschen, ich meine, ich bin letztes Mal auch ewig lange durchs Gas gelaufen, aber du musst dich halt durchgehend bandagieren. Du musst immer wieder stehen bleiben. Aber ich glaube, so lange halt jetzt gerade ist echt keiner da. Das macht ja nachher auch mehr Schaden, umso länger das Spiel halt fortgeschrieben wird. Ja, sobald du bei 100 angekommen bist, macht das echt mega für Schaden. Top 4 Teams wird gezählt, schreibt René. Im Duo zählt kein Anzeige. Ja gut, aber rechts fährt ein Auto Richtung Nord-Ost. Das Problem ist natürlich, dass René, dass du halt nie weißt, ob die, die noch leben, halt ein Einzelteam. Ich meine, du wirst weggestickt von einem. Oder du siehst einen. Du weißt aber tatsächlich ja rein theoretisch nicht, ist der wirklich alleine oder lebt noch ein Mate von ihm? Mervin, wir sind immer noch safe. Ja, ja. Hast du das gesehen in Richtung Ost-Dort-Ost? Ja, das habe ich gesehen, das Auto. Ja, das sagte ich auch gerade eben, dass die halt da schießen. Also der Kampfer. Genau, das sind ja die zwei, ich habe zuletzt, ich sehe es gerade nicht mehr, ich habe zuletzt an den Steinen gesehen, die da ganz rechts offen stehen. Ja, ja, da habe ich es auch gesehen. Aber ich weiß nicht, wo sie hingefahren sind. Das fällt halt jetzt die ganze Zeit rum, wir müssen halt eigentlich nur warten, bis die halt zu uns kommen. Ja, ist es jetzt besser, wenn wir auf dem Haufen stehen oder wenn wir, ach so, du stehst neben mir. Oder so leicht auseinander, weißt du, dass wenn die auf einen schießen, nicht beide wegkriegen direkt? Ja, aber die kommen ja mit dem Auto zusammen an, ne? Wir müssen halt irgendwie... Ja, aber du weißt Kreuzfeuer, ne? So, so, du stehst zwei Meter weiter da und ich stehe zwei Meter weiter da. Und wenn du halt, also das Problem, was ich sonst manchmal habe, weißt du, ich schieße auf einen und ein anderer kommt von der anderen Seite so, dass man sich einfach hinterm Baum nicht verstecken kann. Das dachte ich mir gerade. Ne, ich glaube, so ist das halt schon ganz gut tatsächlich. Wir haben halt das Glück, dass wir halt auch gerade gar keine offene Fläche haben. Das heißt, das Auto ist halt nicht ganz so ein Vorteil, wie halt davor. Weil halt überall hier Bäume sind. Geil, dass wir so eine Kevlarrüstung haben. Stimmt, ich habe gar keine mehr. Mein ist kaputt gegangen, weil er mich einmal angeschossen hat. Ernsthaft? Gut, dass du es sagst, ja. Du wurdest einmal angeschossen, das Ding war weg, oder was? Ja, oder ich habe sogar noch geblutet. Nein, jetzt. Aber letztes Mal habe ich irgendwie, doch, weißt du noch, wo ich gesagt habe, ich habe irgendwie drei Schaden bekommen. Ich habe einen, den Typ hat mit einer AK irgendwie fünfmal. Ja, ich habe auch nur einen Schaden bekommen. Ich habe auch nur einen Schaden bekommen. Okay, dann wird wahrscheinlich, dann wird wahrscheinlich irgendwie ein Treffer wird negiert und auf eins runtergesetzt oder so. Ja. Tja. Ja, wir müssen halt auffassen, dass es unser Wald bleibt. Ja, das, das, ich glaube, das ist das. Du, ich drehe mich die ganze Zeit im Kreis und gucke, weißt du, wie bei C-Score drehe ich mich auch mal im Kreis. Und dann, äh, ich gucke schon die ganze Zeit von hier, von den verschiedenen Winkeln aus. Auch, ich gucke auch oben links an der Flanke, dass da niemand uns flankiert oder so. Das ist jetzt vielleicht Aids, weißt du, von den letzten Teams hat immer irgendeiner eine Sniper dabei. Ja, bis jetzt, ja, ne, das ist halt echt. Aber mal gucken. Wir haben eigentlich auch gar keine Kiste gesehen, aber wir waren halt die ganze Zeit in der Stadt. Hm, also ich hab, ich hab zumindest nicht aktiv drauf geachtet. Würde ich auch sagen, dass der erste Schuss halt negiert wird und der Rest halt nicht. Vermutlich, ja. Aber bluten wirst du wahrscheinlich trotzdem, aber es ist wahrscheinlich einfach so, einer schießt der mit der Schrotze in die Brust rein und du kriegst halt dann irgendwie, keine Ahnung, einen Schaden oder so. Oder du kriegst einen Schaden pro Kugel, die dich von der Shotgun trifft halt. Und bei einer AK würdest du halt dann einen Schaden bekommen, bei einer Shotgun vielleicht fünf oder so. Aber du überlebst es halt, weil die halt einmal abfängt und dann ist die wahrscheinlich weg, die Gweste. Ja, jetzt müssen wir doch umrecht ein Stück Richtung Norden. Ja. Aber wir können wahrscheinlich immer noch im Wald bleiben. Es sind zwei Leute am Gas, es steckt vier Leute, äh, drei Leute. Es leben nur noch zwei. Das sind die im Autosave. Ja, weißt du, wie weit wir können oder müssen? Weißt du, weit müssen wir eigentlich, weil die Straße ist schon ein Stück hinter uns. Kann ich jetzt tatsächlich gar nicht sagen. Die sind hinten am Stein, ja, direkt vor uns ist einer. Da sind die. Die kommen zum Wald. Da. Einer ist fast down. Er ist down. Ich bin fast down. Ich bin tot, er hat mich mit einer Granate getötet. Ey, das Ding hat mich gewone-shotted und es hat ungelogen sechs Kilometer weit gef... Er ist linke Seite, er kommt, linke Seite, er guckt. Ey, wen töt ihn bitte? Alter, was ein Pult ich gerade habe. Linke Seite, er bandagiert sich. Er ist immer noch linke Seite, links, er kommt, er kommt, er guckt rum, du flankierst ihn gerade, ne? Er ist immer noch, er guckt von mir aus, also von uns gerade aus, kann ich nur sagen, linke Seite, er ist rechts. Linke Seite, er kommt, angelaufen, er kommt, angelaufen. Schrott, er hat Schrotze. Er hat wechseln, er hat wechseln. Er hat nicht wechseln. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mir war es so knapp. Ja, aber ganz ehrlich, das war auch das Problem bei mir einfach mit den Granaten. Der Typ, also der, der mich getötet hat, war der, den ich getötet habe. Und der eine hat einfach, er hat drei Granaten geworfen und einfach so ultra weit. Also er hat die Granate tatsächlich einfach auf mich geworfen. Ja, immerhin Platz zwei. Ja, aber ich würde gerne ein einziges Mal dieses Spiel. Ja, GG. GG, Mervin. Ich kam halt die zwei gespammt, aber ich kam halt auf die Schrotze nicht drauf. Ich weiß nicht, ob es halt ein Leck oder sowas war. Ja. Naja, GG, Mervin, ne? War trotzdem, ich habe den einen weggesnackt und dann, also zumindest ich glaube, dass ich ihn weggesnackt habe, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Hast du überhaupt gemacht. Ich wurde halt von der Nade, ich habe halt auch einen Nade abbekommen und die hat mir 60 Schaden gemacht. Ich wurde gewonhitted. Er hat die Nade auf mich geworfen. Also er kam um den Baum rum, wirft die Nade und dabei töte ich ihn. Aber ich habe nicht gesehen, was er gemacht hat. Er ist halt um den Baum gelaufen, macht irgendeine Bewegung und während ich ihn getötet habe, ist sowas explodiert. Darum dachte ich, er hat einen Molotow geworfen oder so. Und dann auf einmal, zack, bin ich, äh, ja. Na gut. Für die Aufnahme, für YouTube, weil wir am Stream sind, verabschiede ich mich dann jetzt hier in der Folge. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss. Dope. Dope. Dope.